einen herrlichen wünsche ich euch und damit mal wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen runde world of tanks heute mal wieder ein kleines infovideo ohne gameplay dafür halte ich das video aber auch so kurz wie möglich einfach nur so ein zwei drei sachen bevor jetzt hier die weihnachtsops zu ende sind also komplett zu ende sind um einfach auch mal ein datum zu droppen das geht noch bis zum achten ersten ich denke die meisten wissen es aber einfach so als erinnerung ich wollte euch sozusagen einfach noch mal so die möglichkeiten der weihnachtsops auch jetzt ich sage nenne es jetzt mal endgame also jetzt zum ende der weihnachts op was kann man da noch machen hat man vielleicht irgendwas übersehen oder 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 gleichzeitig noch so kleine infunden einen kisten opening wird bei mir dieses jahr nicht geben ich habe mir das jetzt ein paar wochen angeguckt was halt für panzer da sind und im endeffekt also die sind schon also die tiger maus das objekt 752 ist heiße die sind sicherlich nicht schlecht und können bestimmt spaß machen aber das war es mir in dem fall einfach nicht wert also ich werde mir dieses jahr einfach keine kisten holen in der ein die man jetzt hier von wg geschenkt bekommen hat wenn man da noch türchen geöffnet hat war oder mission gemacht hat eins von beiden war nur ein bisschen gold drin und also nichts wichtiges kommen wir mal rein jetzt hier zu den weihnachtsops klicken wir direkt hier mal auf den tannenbaum auf der einen seite ich denke mit so das wichtigste habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt wenn ihr hier fertig seid mit euren ressourcen und ihr habt ihr habt halt alles ausgebaut ihr müsst nichts mehr machen und basteln habt ihr wahrscheinlich so 10 20.000 ressourcen hier jeweils ungefähr sage ich jetzt einfach mal und damit man die sozusagen ausgehen kann kann man hier wenn man am automaten ist hier rechts auf marken erhalten klicken und anderen hierfür jeweils also für eine eins von einer ressource 2000 stück jeweils eine marke holen um das machen zu können muss man allerdings alle missionen von winnie abgeschlossen haben und hier die die weihnachts also die deko auf maximum ich denke jetzt zum ende hin werden auch dass die meisten oder wenn nicht sogar alle haben dementsprechend habt ihr dann sozusagen hier die möglichkeit eure ressourcen weitestgehend dann auszugeben ich würde euch auch im allgemeinen raten einfach weil man wenn man jedes mal hier tauscht dass man dann ja jedes mal zehn stück pro 50 verliert also ist jetzt nicht ich finde das verhältnis zueinander recht akzeptabel so ist nicht aber man fehlt ja halt nur mal trotzdem was ich würde euch raten mit dem tauschen bis zum achten so zu achten ersten sozusagen oder bis zum siebten erst je nachdem wann ihr das letzte mal zocken werdet zu warten und alles auszugeben hier in marken und dann sozusagen erst am ende hin noch irgendwas tauschen wenn es denn nötig ist oder möglich ist noch mal irgendwie auf die 2000 ressourcen zu kommen wo wir gerade dabei sind habe zwar gesagt wir halten das kurz aber ich gehe einfach mal meine sieben marken jetzt hier durch die ich gerade aktuell habe um da auch noch ein wort an den automaten ranzusetzen perfektes beispiel maßnahmen zu überlebensfähigkeiten zu überlebensfähigkeit stufe 1 ist jetzt ich glaube ich würde mal sagen ich habe insgesamt 70 marken gehabt insgesamt bisher ungefähr 50 bis 70 mehr als 60 irgendwie ihr wisst was ich meine und von diesen 70 stück hatte ich über zehn mal so ein experimentelles stufe 1 ding drin und das ist halt im moment auf jeden fall besonders jetzt hier in den weihnachtszeit sozusagen der way to go um an diese experimenten um an diese experimentellen sachen ranzukommen also so viel glück hatte ich jetzt noch nicht dass ich zwei mal hintereinander eins gekriegt hat aber ist jetzt ich würde sagen es elfte zwölfte oder das dreizehnte teil im experimentellen bereich das ich jetzt hier erhalten habe und das lohnt sich schon das lohnt sich weil sonst sind die ja doch relativ rar gesät und man kann hier über den automaten halt wie gesagt nicht nur kleinkram kriegen sondern halt auch diese ressourcen die man braucht zum zusammensetzen glaube ich waren hier auch dabei und halt die experimentellen einbauteile als es zumindest die stufe 1 geräte gibt es hier solltet war es glaube ich genau das zweite wollte ich euch jetzt hier noch mitgeben auf dem weg ihr könnt ihr bei aufträgen und dann herausforderungen habt ihr vielleicht gesehen aber man kann es halt auch übersehen man kann sich hier rabatte für stufe 2 bis 10 panzer halt holen ich glaube bis stufe 4 bis 100 prozent also könnt ihr euch drei panzer für lau sozusagen holen und dann geht es halt abwärts bis stufe 10 auf 20 prozent aber 20 prozent haben oder nicht haben auf jeden fall ihr seht ich habe meine alle schon genutzt das war sozusagen schon was ich was ich euch jetzt hier auf den weg bringen wollte vielleicht noch ein netter side fact ich habe mir hier eine ein sack gekauft vom wird denn für den köter den zweiten nicht bei er hatte nicht genug geld ich hätte oder gold ich hätte es gemacht in dem ersten sagt den man kaufen in dem zweiten sagt den man kaufen kann für gold also ich habe mir zwei säcke gekauft der erste war für credits der zweite war für 1500 glaube ich dritte den man kaufen kann ist dann halt hier für 3000 gold und beim dritten sagt jetzt wenn wir hier bei diesem dritten sagt den ich jetzt sozusagen als letztes geholt habe gab es auch die möglichkeit premium tage zu erhalten aber von ich würde jetzt mal sagen wann hat das am ersten hat es angefangen ich habe sechs tage lang nicht gespielt und alle anderen tage bis jetzt sozusagen wir mit den vierten glaube ich also habe ich sozusagen 27 tage lang jeden tag drei säcke abgeholt und ich hatte genau einen einzigen premium tag bisher dabei und ansonsten ich würde sagen bestimmt wird sich mal gefühlt 40 mal hier dekor braver hund oder braver junge und schriftzug kleffkleff oder wie er hieß auf jeden fall sachen die man nicht braucht die man nicht verkaufen kann und womit also ich habe zum beispiel nichts mit irgendwie schriftzügen auf meinem panzer ich glaube ich habe ein oder zwei panzer wo ich das mal gemacht habe um zu gucken wie es aussieht und so aber ist nichts für mich dementsprechend sozusagen die säcke aus meiner sicht zumindest ich habe es mir geholt für die premium tage hat sich aus der sicht in keinster weise gelohnt und einfach noch um das video jetzt hier mit ganz klein wenig wenig zu strecken um darauf die zehn minuten zu kommen ihr kennt hat ja gehen wir mal nach hier ganz kurz in die in die tarnfelder oder hier in dieses wo man halt seine tarnung einstellt da gibt es ein ganz nettes ding wenn ihr so drauf seid wie ich zum beispiel haben wir jetzt hier gerade partout irgendeinen wahrscheinlich hier hingehen wenn ihr so drauf seid wie ich dass ihr halt eigentlich nur eine tarnung drauf klatscht und keine dekor keine wappen keine schriftzüge kein nichts ihr seht ich habe hier relativ viel schmutz dabei also sachen die ich halt einfach nicht benutze und ich weiß es ist extrem müßig aber ich habe es jetzt in meinen zehn jahren die ich spiele vielleicht ich glaube dreimal gemacht ich komme gleich darauf was ich hinaus will und zwar bin ich hier nicht bin ich hier die ganzen dinge halt durchgegangen also ich habe natürlich nicht alles einzeln angeklickt aber es gibt doch hier hin und wieder dann den ein oder anderen hier werde ich wahrscheinlich keinen finden ich habe es letztens erst mal ausprobiert oder aussortiert ihr könnt ihr halt mal rumgehen und manche lassen sich halt für bis also bis ab 10.000 pro stück verkaufen ich glaube es geht hoch bis 40 oder 50.000 pro dekor oder pro wappen oder hast du nicht gesehen ich glaube bei flaggen ging das ganz gut sind die flaggen hier gewesen auf jeden fall wenn ihr wie gesagt so ähnlich drauf seid wie ich dass ihr die sachen in keinster weise nutzt sondern tatsächlich halt nur eure eure tarnung drauf klatscht kann man halt hier mal rüber also durchgehen und gucken ob man halt irgendein stuff hat besonders halt die sachen die jetzt hier für gold auch angeboten werden kann man dementsprechend dann leider dann aber nur für credits verkaufen aber immerhin kann man sie verticken und wie gesagt ich habe es jetzt zwei drei mal in den zehn jahren gemacht und ich würde sagen zwischen jedes mal wenn ich es gemacht habe zwischen ein und drei millionen credits hier rausgezogen wie gesagt ist ein bisschen müßig um sich halt jetzt hier durch zu klicken ich habe auch zum beispiel keine ahnung ob es die kore wappen schriftzüge oder effekte gibt die jetzt ich sag mal nur auf 60 tp passen oder nur auf den russenpanzer nur auf den heavy habe ich kein überblick drüber ich gehe halt ich klicke irgendein panzer an und gehe dann hier durch und hoffe ich finde genug um dass sich das halt lohnt wie gesagt ich habe letztens erst gemacht das wird jetzt hier habe ich irgendeines zu finden weil wenn dann habe ich eins übersehen und wer weiß wo ihr seht ja wie viel das ist und ja wie gesagt ist noch so ein netter effekt oder nettes ding dass man sich da so ein bisschen credits abholen kann ansonsten natürlich gibt es natürlich wenn ihr halt mal in credit not zeit ich würde halt zum beispiel an allerletzter stelle eine panzer verkaufen das habe ich auch gelernt weil im endeffekt geht es ja darum panzer zu sammeln und welche zu kaufen um sie dann später zu verkaufen um sie dann später wieder zu kaufen das halt ein absolutes minusgeschäft man sollte stattdessen wenn man dann die möglichkeit hat als beispiel könnte man ja hier anfangen munitionsarten zu verticken wenn man dann zum beispiel nur im high tier bereich unterwegs ist wie ich zum beispiel dann kann man kann man zum beispiel gucken ob man hier von früher noch alte munitionsarten hat also halt einfach kleinkalibriger stufe 1 bis 5 oder so sachen die kann man dann halt hier ganz gut verticken und natürlich hier über über die aufträge gibt es ja dann hin und wieder doch auch größere einbauteile zu zu erhalten ich gucke zum beispiel dass man halt maximal hier sehen wir zum beispiel habe ich fünf stück von ich brauche nie und nimmer fünf turbolader ich gucke halt immer dass ich drei stück habe sozusagen und alles was ich darüber habe verkaufe ich was diese größeren dinger angeht hier zählt halt das ding du kannst die für 150.000 jetzt hier in dem fall verticken und wenn man halt auf die sparmaßnahmen wartet also da wo 50 prozent alles rabattiert ist kann man die dementsprechend auch für 150.000 credits kaufen und macht somit in dem sinn wenn man dann halt mal welche nachkaufen wollen würde kein minusgeschäft dabei das gleiche gilt natürlich hier für sämtliche verbrauchsmaterialien auch hier zum beispiel ich habe nur wenige hier kaffee mit zinsschnecken ihr seht es überall nur drei stück dabei nur bei panzer wie jetzt hier deutsche panzer italiener panzer und ich glaube franzosen panzer habe ich ein paar mehr ich habe jetzt hier leider die letzte rabattaktion komplett verschlafen ich habe es gelesen ich habe mich eingekauft ich hätte es machen können aber wie gesagt dementsprechend ist hier gerade alles ein bisschen mau aber auch wenn man darauf wie gesagt achteteil ich ja schon mal gesagt kauft halt eure verbrauchsmaterialien wenn ihr es könnt hauptsächlich in den rabattierten aktionszeiten einfach da könnt ihr halt so viel kaufen wie ihr wollt ihr könnt ihr für den gleichen preis dann später wieder verkaufen also man macht halt einfach kein minusgeschäft dabei also ihr wisst ja wie ich das meine ja ich habe jetzt auf jeden fall genug gelabert das waren so so die die 1 2 3 sachen die ich euch noch mal mit an den mann bringen wollte ein video zu dem petten panzer zu dem neuen wird es natürlich auch geben habt ihr jetzt aber erst eine runde gemacht und die waren in ordnung aber jetzt nicht so der bringer ich glaube ich mal gucken ob ich es euch zeige auf jeden fall ich hoffe ich konnte euch hier ein bisschen was weiterbringen ein bisschen unterhalten wir sehen uns dann das nächste mal hau da rein